Aladin und die Wunderlampe In einer reichen und prächtigen Stadt lebte einst ein Schneider mit Namen Mustafa. Er war sehr arm und seiner Hände Arbeit brachte ihm nicht so viel ein, dass er seine Frau und seinen Sohn ernähren konnte. Der Sohn hieß Aladin und war zu einem Tagedieb geworden, weil sich niemand um seine Erziehung gekümmert hatte. Er gab sich halsstarrig und boshaft und war ungehorsam gegen Vater und Mutter. Kaum dass er herangewachsen war, trieb er sich vom frühen Morgen an auf Straßen und Plätzen herum und schlug die Zeit mit seinesgleichen Tod. Als er in die Jahre gekommen war, dass er ein Handwerk erlernen sollte, nahm ihn der Vater zu sich in die Werkstatt, um ihn im Umgang mit der Nadel zu unterrichten. Doch weder Schelte noch gute Worte brachten ihn dahin, seinen Sinn auf die Arbeit zu sammeln. Kehrte der Vater den Rücken, machte sich Aladin auf und davon und ließ sich den ganzen Tag nicht wieder blicken. Der Vater schlug ihn wohl manchmal, konnte ihn aber nicht bessern. Schließlich gab Mustafa seine Bemühungen auf und sah zu, wie sich Aladin ganz seinem liederlichen Leben überließ. Doch er grämte sich so darüber, dass er krank wurde und nach einigen Monaten starb. Da die Mutter sah, dass der Sohn keine Miene machte, das Gewerbe des Vaters fortzuführen, schloss sie die Werkstatt und verkaufte alle Gerätschaften, um mit dem Erlös ihren Lebensunterhalt aufzubessern, den sie durch Spinnen bestritt. Aladin aber blieb faul und frech. Er bedrohte die Mutter sogar, wenn sie ihm auch nur den geringsten Vorwurf wegen seiner Faulheit machte. Noch mehr als bisher trieb er sich auf der Straße herum und vertat die Zeit mit Spielen. So ging das, bis er 15 Jahre alt wurde. Nicht eine Sekunde lang hatte er darüber nachgedacht, was einmal aus ihm werden sollte. Da kam eines Tages, als er wieder mit seinesgleichen herumlungerte, ein Fremder des Wegs. Er war ein berühmter Zauberer aus Afrika und weilte erst seit zwei Tagen in der Stadt. Aladin fiel ihm auf und er dachte sich, dass er einen solchen Burschen für das, was er im Sinn führte, wohl würde brauchen können. Also erkundigte er sich unauffällig bei den Nachbarn, fragte nach Aladins Familie, nach seinem Leben, seinen Neigungen und als er genug wusste, ging er auf ihn zu, nahm ihn beiseite und fragte, Bist du nicht der Sohn des Schneiders Mustafa? Ja, Herr, antwortete Aladin, aber mein Vater ist schon lange tot. Da umarmte ihn der afrikanische Zauberer, küßte ihn und weinte und seufzte. Ach, rief er, dein Vater war mein lieber Bruder, zu dem ich mich vor Jahren auf die Reise gemacht habe und nun, da ich endlich angelangt bin, sagst du mir, er sei gestorben. Es ist zum Verzweifeln. Doch ich habe mich nicht getäuscht. Als ich dich das erste Mal sah, entdeckte ich in deinem Gesicht deines Vaters Züge. Dann fragte er Aladin, wo seine Mutter wohne und gab ihm eine Handvoll kleiner Münzen. Geh nach Haus, mein Sohn, sagte er, und richte deiner lieben Mutter aus, dass ich sie morgen besuchen werde, um mir den Ort anzusehen, an dem mein teurer Bruder so lange gelebt hat. Aladin lief freudig mit dem Geld zu seiner Mutter. Habe ich einen Onkel? fragte er sogleich, als er die Tür öffnete. Bitte sag es mir. Du hast keinen Onkel, antwortete die Mutter. Weder von meiner Seite noch von der deines verstorbenen Vaters. Und doch bin ich soeben einem Mann begegnet, fuhr Aladin fort, der behauptet, er sei der leibliche Bruder meines Vaters. Als ich ihm sagte, dass Vater gestorben ist, hat er geweint und mich umarmt. Und sieh nur, dieses Geld hat er mir geschenkt und er hat mir aufgetragen, dich zu grüßen. Morgen will er herkommen und sich das Haus ansehen, in dem Vater gelebt hat. Dein Vater, antwortete die Mutter, hatte wohl einen Bruder, aber der ist seit langem tot. Und ich habe ihn nie von einem anderen Bruder reden hören. Am folgenden Tag trat der Zauberer wieder zu Aladin, umarmte ihn wie tags zuvor und drückte ihm zwei Goldstücke in die Hand. Gib das deiner Mutter, sagte er, und richte ihr aus, ich käme am Abend und sie möchte für das Geld ein Nachtmal richten. Und nun erkläre mir, wie ich zu eurem Haus finde. Aladin zeigte ihm den Weg. Nachdem Aladin seiner Mutter die beiden Goldstücke gegeben hatte und ihr gesagt hatte, was der Zauberer ihm aufgetragen, kaufte sie zum Abendessen, was nötig war, ließ sich, da sie selbst nicht genügend Bestecke und Teller besaß, Geschirr bei einer Nachbarin und brachte den Rest des Tages damit zu, die Speisen zu bereiten. Als alles fertig war, sagte sie zu ihrem Sohn, vielleicht findet dein Onkel nicht zu uns, geh ihm entgegen. Doch wie Aladin das Haus verlassen wollte, klopfte jemand an die Tür und herein trat der Zauberer, mit Weinflaschen und den verschiedensten Früchten beladen. Er übergab dem Jungen die mitgebrachten Geschenke, begrüßte die Mutter und bat sie, ihm die Stelle zu zeigen, wo sein Bruder immer gesessen hatte. Die Frau wies ihm das Polster und der Zauberer warf sich auf die Erde, küsste es und rief mit tränenden Augen, Ach, wie unglücklich bin ich, dass ich dich, mein armer Bruder, nicht mehr sehen kann. Dann stand er wieder auf und wie sehr Aladins Mutter ihn auch bat, sich auf das Polster zu setzen, er lehnte es beharrlich ab. Aber lass mich gegenüber Platz nehmen, sagte er, damit ich mir wenigstens vorstellen kann, er säße noch dort im Kreise seiner Familie. Als sie sich zum Mahl niedergelassen hatten, wandte sich der Zauberer an Aladins Mutter. Wundere dich nicht, meine liebe Schwester, sagte er, dass du mich nie gesehen hast während all der Jahre, die du mit meinem Bruder verheiratet warst. Vor 40 Jahren habe ich dieses Land, meine und meines Bruders Heimat, verlassen. Meine Reisen führten mich nach Indien, Persien, Arabien, Syrien und nach Ägypten. Die schönsten Städte dieser Länder habe ich gesehen, ehe ich mich für lange Zeit in Afrika niederließ. Doch es ist dem Menschen eigen, dass er Sehnsucht bekommt nach dem Lande seiner Geburt und auch mir erging es nicht anders. Ein starkes Verlangen ergriff mich, mein Vaterland und meinen geliebten Bruder wiederzusehen. Und da ich noch Kraft und Mut in mir fühlte, die beschwerliche Reise zu wagen, machte ich mich auf den Weg. Ich will schweigen von den Tagen und Wochen, da ich unterwegs war, von den Hindernissen und der Mühsal, die ich überwinden musste, bevor ich hier anlangte. Nur, dass mich nichts so tief geschmerzt hat, oder wie es, ich will schweigen. Vielen Dank.